Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm mit mir, dem Lien, und wir sind wieder in der Hellenliga. Ja, ich muss euch kurz gestehen, dass eigentlich der Phallus anrufen wollte und ich seit 20 Minuten auf seinen Anruf warte, obwohl er eigentlich nach 5 Minuten zurückrufen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe ihn nochmal an, weil es schon ungewöhnlich ist, er hat gesagt, er ruft zwischen 3 und 5 Minuten zurück. Da habe ich gedacht, vielleicht habe ich ja keinen Empfang. So war es dann auch, ich hatte keinen Empfang und ja, leider war er dann schon wieder am Autofahren und hat gesagt, er ruft mich dann in 10 bis 15 Minuten zurück, wenn er zu Hause ist. Joa, und deshalb werde ich gleich während des Matches sehr wahrscheinlich mal ans Telefon gehen müssen. Schwarzherzbucht, Zero Tool. Was sonst? Boys and Girls, was sonst? Okay. Sieg den Verlassenen! Sieg den Verlassenen! Oh Gott, ich hoffe, ich kriege Seratul. Please! Nicht die Enemies. Boah, wenn die Enemies Seratul nehmen, dann nehme ich Schlagter. Auf jeden Fall. Schlagter! Ich pick die Schlagter, wenn der Enemies pickt die Seratul. Oh! Nichts hält den Schwanter auf! Oh! 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 Das war's für heute. Ah, wieder leichte Gruppenbaudiskussionen. Das kennt keine Grenzen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich folge der Stimme Elois. So diene ich. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, unser Team ist besser. Ich glaube, unser Team ist slightly besser. Ich bin Rang 18 Seratul. Wir haben Level 40 Muradin dabei. Rang 17 Morales. Rang 16 Illidan. Level 35 Waller. Krass. Gegen Rang 15 Diablo. Rang 14 Sylvanas. Platzierungsmatche Jaina. Platzierungsmatche Tyrande. Rang 16 Sagara. Ja, warum wir hier einen 35er bekommen, weiß ich nicht. Ich hoffe, der hat's drauf. Und einen 40er. Hm. Naja. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall von den Rängen her sind unsere Gegner höher. 14, 15, 16. Aber von der Teamzusammenstellung finde ich unsere Slightly besser. Muradin ist ein cooler Tank. Kann reinspringen, kann stunnen und so weiter. Seratul, das bin ich. Da kann ich die mit abholen. Morales Illidan ist eine coole Kombo. Und Waller ist unser Range DD. Und wir haben natürlich zwei Laner, ne? Sagara und Sylvanas. Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen. Good luck, have fun guys. Boah, ich hoffe, das wird ein Winner, Alter. Dann bin ich wieder mit dem Winz vorne. Dann kann einfach alles kommen. Viel Spaß. Aber im Prinzip ist es so, ne? Je mehr Winz, desto besser. Oh. So die Ehre gebietet. So die Ehre gebietet. Gut, wir sind mit den Kielts vorne. Und den Kiel, abgebucht. Ich zeig dich. Ich übergebe euch der Lehre. Ich bin mit den Zettel. Gut gemorgen. Aufgezeichnete Arbeit. Wenn ich abgebe, dann... haben wir abgegeben komplett. Wenn ich abgebe, haben wir abgegeben. Tschüss. So far, so good. So far, so good. Okay, die haben Münzen. Nein. Ja. Ja! Backup! Sehr nice! Nicht wieder aufstehen! Weitere Stimmung erfüllen! So die Ehre gebietet. Die Schreien kam rechtzeitig. Du schreien. Gut gemacht. Ufa! Ha 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 Good job, die ganze Zeit, good job, good job Will ich den Weideton öffnen, ihr Süßwassermatrosen? Ich diene den Xell-Marker Geld! Abgebucht! Euer Schicksal, ich fühle mich gestärkt M-Audin, Roshagal Ich werde meine Bestimmung erfüllen Okay Zagara hat 5 Münzen Das Schicksal verlangt die Tod dieses Helden Ich hätte das besser gemacht Endlich mal Randoms mit denen man arbeiten kann, oder? Die muss man auch mal loben Gehen Ha 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 Gehen 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 Wir wollen ihn jetzt gewohnt. Alter, komm zurück! Kommt! Wir dürfen nicht sagen. So, Level 11 zu 9. Ich gebe hier mal die 8 Münzen ab. So. Auf jeden Fall Tyrande hat 4. ULTIMATE WASTED! Tyrande haben wir nicht erwischt leider, aber... Läuft trotzdem, ne? Es läuft, Guys! Kommt! Ich mache hier mal ein Hotter Back. Because of Mana Low. Ups, no Mana. Baby, Ups, no Mana. So. Die Guys gehen hier wieder in den Mitteln. Ich komme auch mal da hin. Ah, okay. Ich komme mal da. Top für die Giste. Ah. Komm, ich komme ja schon. Da ist noch eine Kontrolle. Schön! Alter, die sind echt nicht gut, ne? Die sind Dino-Rang 14 geworden. Oh, das hat sich ja wehgetan. Oh, das hat sich ja wehgetan. Das ist gezeichnete Arbeit. Ich habe mich schon für's Einfrieren entschuldigt, obwohl dabei einer geholt wurde. Ach, dann läuft alles gut, ne? 22-0. 19-0. 20-0. Das in der Helden-Liga, Boys & Girls. Und das in der Helden-Liga. Nein! Boah. Ich nehme mich weg. Das sind gute Leute, ne? 26-0. Junge, Junge! Nein! Nein! Illidan! Oh, ja! Yes! Ach, 20.0! Was wäre ein Pirat ohne Schätze? Ja! Das ist eindeutig, Leute! Das ist eindeutig! Oh, du Sand. Hm. Oh, ja! Oh, ja! Wäre den Erstgeborenen. Hm. Ne, ne. Den Move gesehen, da war wieder ein geiles leeren Gefängnis, ne? 30.0 immer noch. Wir sind Tern-Jungs! Haha! Jetzt kommt Leben in diese Mode! Hahaha! Da warte ich noch mal, Alter! Heh, heh! He-he-he-he-he-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Seratul geht in Guys, Seratul geht in Sylvanas Schlag diesem Helden den Schädel ein Schlag nicht zahlen Wir sollten dieses Schädelager ein Ich diene den Schädelager Ja, da können wir mal hin Boss? Echt? Weiß er nicht Ich werde meine Bestimmung erfüllen Nein! Kill to Ramne! Ja! Ja, okay Ich werde meine Bestimmung erfüllen Ok, ich werde meine Bestimmung erfüllen So die Ehre gebietet Okay, kurz abgeben Fette Beute Alter, die rennen doch nur Solo rum, ne? Es werden noch viele weitere folgen Alle Kanonenfeuer einstellen Illidan gibt ab Ey, die haben noch nicht einmal abgegeben Gar nix, ne? Illidan und ich machen zu zweit schon einen Sack zu, ey Also zu zweit geben wir 20 Münzen ab, ey Junge Alter, das ist ja so ein krasses Game Die tun mir ja schon fast leid, weil ich weiß, wie es ist Kaputt machen Ach so Oh, was ist das? Alle Kanonenfeuer einstellen Schlag diesem Helden den Schädel ein oh Alter, was für ein Hero League Game. Das war der Oberhammer. Der Oberhammer. Denen haben wir es gezeigt. Allerdings. Allerdings. Wenn ich dafür jetzt nicht eine Million Punkte kriege, dann weiß ich, ey. Wehe, das hat jetzt nicht gezählt. Ich dachte schon. Boom. Elite-Portrait. Boom. Aber warum nur 100 Punkte? Ey, die haben wir voll im Boden gestampft, ey. 100 Punkte. Geil, ich habe ein Elite-Portrait von Seratul. Direkt mal ändern. Dass die Leute auch meine Seratul-Skills nicht in Frage stellen. So. Hier die Stats. 38-0. 36-0. 36-0. 40-0. 27-0. Gute Leute. Alles gute Leute gewesen. Und die Mates, ne? Äh, die Gegner, ne? 42-0, Junge. Alter. Alter Falter. Alter Falter. Das ist ja der Oper-Wahnsinn, ne? Aber ich zeige euch nochmal die Talente für alle, die es interessiert. Da waren gute Leute dabei. Ey, tatsächlich. Walla mit Spintulus, ne? Aber es hat ja geklappt. Es hat ja geklappt. Und den, äh, Spinslow. Interessant. Ist echt interessant. Aber ansonsten hier hungriger Falz-Skillung. Okay. Blood for Blood. Portabag. Das, es gehen irgendwie viele, ne? Krass, krass, krass. Leute. Das ging richtig ab. Fortgeschrittenes Blocken. Okay. Ja, wie auch immer. War ein super geiles Spiel. Ähm. Ich bin, ich bin echt ein bisschen buff. Das war richtig geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.